Frau Leuter-Schnappenberger, gerade ist Ihr Buch Haltung ist Stärke erschienen. Die Bundeskanzlerin hat es zusammen mit Ihnen vorgestern vorgestellt. Es enthält auch biografische Elemente, aber nicht nur. Was hat Sie bewegt, dieses Buch gerade jetzt zu schreiben? Mich treibt um, dass die Demokratie in Gefahr gerät durch extremistische, durch fremdenfeindliche Haltungen und Strömungen. Mich treibt um, dass die Freiheitsrechte bedroht sind und dass die Gefahr besteht, dass sie doch einem überwältigenden Sicherheitsdenken geopfert werden. Und deshalb habe ich jetzt das Buch geschrieben, um auch mit meiner Haltung als Ministerin in der Vergangenheit zu ermutigen und zu motivieren, sich jetzt für die Freiheitsrechte und für die Demokratie einzusetzen. Vielen Dank.